Hallo Leute, willkommen bei ElektroWohne. Ich bin heute unterwegs in Ulm. Wir haben hier einen verkaufsoffenen Sonntag. Aus dem einfachen Grund wollte ich euch mal kurz eine Ladelösung hier in Ulm zeigen, die meiner Meinung nach für unsere Zukunft bei der Elektromobilität extrem wichtig sein wird. Und zwar, dass man schnell laden kann und das im Prinzip mitten in der Stadt. Und wenn ihr euch jetzt fragt, warum ich an dieser Ladesäule hier bin, das soll so als kleiner Teaser einfach sein. Denn meiner Meinung nach, diese Ladesäulen hier, die sind aus der Vergangenheit. Also sprich, die waren vor fünf Jahren mal in Ordnung, so als Laternenladelösung für die wenigen Elektroautos, die wir damals hatten. Aber jetzt, heutzutage und auch für die Zukunft später, werden wir definitiv Ladesäulen brauchen, die mehr können. Und deswegen würde ich sagen, kommt mal mit. Wir laufen 50 Meter nach hinten und schauen uns mal die Ladelösung an. So, da wären wir. Ja, es sind nur 50 Meter von der Ladesäule da drüben bis hier zu unserem Mokka. Und ihr seht es schon, wir ziehen einmal die Kamera schön auf. Wir sehen insgesamt 32 Ladesäulen, DC-Ladesäulen mit bis zu 140 kW. Ja, wenn ihr euch jetzt fragt, wo sind wir denn hier überhaupt? Wir sind in Ulm, Söflingen, am Hogaka Ladepark. Ihr erinnert euch vielleicht so ein bisschen von der Form dieser Säulen. Die erinnern sehr stark an den Sortimo Ladepark in Susmaßhausen. Da gibt es ja Unmengen Videos von. Und im Prinzip ist das hier genau der gleiche Betreiber, nämlich E-Loaded. Die haben hier in Zusammenarbeit mit Hogaka einen Ladepark hingestellt, der meiner Meinung nach hier zumindest im Umkreis Ulm, aber ich glaube auch in vielen anderen Städten einmalig ist. Und von dem her würde ich euch gerne einfach mal hier die Lage ein bisschen zeigen. Wie gesagt, insgesamt 34 von diesen Ladesäulen. Und das Schöne ist einfach, bei den Ladepunkten, ihr habt diese flexiblen, ja ich nenne es jetzt mal Schläuche, die einfach aus der Erde rauskommen. Das heißt, ihr seht schon hier, die sind in jede Richtung im Prinzip biegbar. Heißt auch, wenn jetzt jemand unvorsichtig sein sollte beim Parken, biegt es einfach nur die Ladesäule weg. Und ihr habt dann im Prinzip hier den Stecker, den CCS-Stecker mit bis zu 140 kW, den ihr laden könnt und im Prinzip euer Fahrzeug einstecken könnt. Also wirklich eine sehr schöne Lösung. Man sieht jetzt auch hier, die Ladesäulen haben hier oben Lampen, um einfach die verschiedenen Stadi darstellen zu können. Und ich würde sagen, wir stecken jetzt einfach mal den Mocker an. Ich zeige euch, wie das geht. Ich habe nämlich gesehen, vorne hängt ein großer Bildschirm, an dem man das einrichten kann. Und das würde ich jetzt einfach gerne mal mit euch gemeinsam machen. Wir starten erstmal damit. Ich habe die Anleitung gerade hinten nochmal durchgelesen. Das letzte Mal, wo ich hier war, habe ich mit dem Handy geladen. Jetzt dieses Mal, wie gerade angedeutet, möchte ich es mal mit dem Bildschirm versuchen. Und im Prinzip starten wir damit. Wir müssen erstmal den Mocker an die Ladesäule anstecken. So, das mache ich jetzt erstmal hier. So, jetzt sollte der Mocker hier auf grün wechseln. Und das Fahrzeug sollte anfangen, langsam zu laden. Das seht ihr jetzt hier. Wir können auch mal ganz kurz ans Display schwenken. Genau, jetzt hat das Fahrzeug verriegelt und auch geklackt an den Schützen, am Akku. Und jetzt sollte am Display dann auch die Ladegeschwindigkeit angezeigt werden. Jetzt sieht man es. Also der Mocker lädt jetzt ungefähr mit 20 km pro Stunde. Das entspricht ungefähr 3 bis 4 kW aus dem Bauch heraus gesprochen. So, das heißt, wir haben jetzt das Fahrzeug sozusagen vorbereitet für den Ladevorgang. Und nun müssen wir uns einmal kurz merken, dass wir hier an dem Ladepunkt H 142 laden. Und gehen jetzt mal fort zum Bildschirm. Ist also hier wirklich nett gemacht. Wir haben einen sehr großen Bildschirm, der hier mit EC-Karten, Kreditkartenautomat und mit Wireless Paying ausgestattet ist. Und ich tippe jetzt einfach mal hier drauf, auf Ladevorgang beginnen. Und wir haben, wie gesagt, die Ladesäule, ah, hier wird es auch vorgeschlagen, weil es wahrscheinlich gerade die einzige ist, die initialisiert ist, aber noch nicht registriert sozusagen. H 142, ich drücke mal auf Verbinden. Und jetzt werden mir verschiedene Tarife vorgeschlagen, die ich wählen kann, abhängig von der Ladegeschwindigkeit. Habe ich also unterschiedliche Preise. Da der Mokka nur mit maximal 100 kW laden kann, nehme ich jetzt diesen mittleren Tarif von 59 Cent pro Kilowattstunde. Insgesamt muss ich sagen, finde ich alle Tarife eigentlich recht fair für die Geschwindigkeiten. Gut, der 11 kW ist vielleicht ein bisschen teurer, wenn man jetzt mit den anderen zwei Geschwindigkeiten vergleicht. Aber generell kann man sagen, das Preis-Leistungs-Verhältnis passt, wenn man jetzt mit 100 kW lädt. Ich drücke nochmal auf Weiter. Genau, hier wird nochmal zusammengefasst, ob man eine Quittung will oder nicht. Und das finde ich jetzt auch ganz schön. Hier wird jetzt vorgeschlagen, ich kann jetzt sozusagen eingeben, bis zu welchem SOC, also bis zu welchem Ladestand ich das Fahrzeug vollgeladen haben möchte. Also bis 100 Prozent, bis 90, 80 oder ich kann dann hier im Prinzip das Ladelimit selbstständig einstellen. Also wirklich nett gemacht. Ich wähle jetzt einfach mal 90 Prozent aus und dann klicke ich auf Bezahlen. Hier steht jetzt, 20 Euro werden automatisch auf dem Bankaccount geblockt. Und ich nutze jetzt einfach mal mein Handy über Apple Pay, das Ganze zu machen. Wurde auch akzeptiert. So, wenn du den Ladevorgang manuell beenden möchtest, bitte hier für die Funktion deines Fahrzeugs, um den Ladevorgang zu beobachten, scanne bitte den QR-Code. Das mache ich jetzt einfach mal, solange der noch hier angezeigt wird. Okay, dann würde ich vorschlagen, wir schauen jetzt mal zum Auto, was die Ladegeschwindigkeit macht, ob die tatsächlich hochgegangen ist. Und ja, dann gucken wir nochmal auf die App, beziehungsweise was mir angezeigt wird im Safari-Browser. So, wir sind jetzt wieder zurück am Auto. Ich habe auch mal die App geöffnet, beziehungsweise den Link, der mir über den QR-Code vorgeschlagen wurde. Und das zeige ich euch jetzt auch praktisch parallel auf meinem Handy. Also ihr seht, das Fahrzeug hat einen SOC von 39 Prozent aktuell. Und einen maximalen habe ich eingestellt von 90 Prozent. Und der Mokka lädt jetzt gerade, ja, wir sind nur hierher gefahren, kurz, um im Prinzip das Video zu machen. Deswegen ist der Akku nicht wirklich warm. Der Mokka lädt mit 35 kW in etwa. Und wir haben bisher 1,1 Kilowattstunden geladen. Also scheint von der Funktion her recht gut zu sein. Also alle interessanten Daten, die ich so brauche als E-Autofahrer, werden mir hier angezeigt. Und wir können jetzt auch direkt mal ins Auto noch reingucken. Da sieht man die Ladegeschwindigkeit von 242 Kilometer pro Stunde, was eben diesen 35 kW in etwa entsprechen sollte. So, wir haben das Auto jetzt kurz geladen. Jetzt wollten wir das Auto mal abstecken. Natürlich ist jetzt aktuell der Stecker verriegelt. Also das heißt, ich kann ihn nicht rausziehen. Jetzt ist natürlich die große Preisfrage. Der Mokka hat ja softwaretechnisch keine Lösung, wie ich den Stecker entriegeln kann. Ähnlich wie ein Tesla oder so. Deswegen probiere ich es jetzt einfach mal aus. Fahrzeug absperren. Also jetzt ist das Fahrzeug verriegelt. Natürlich, der Stecker ist weiterhin verriegelt. Wenn ich jetzt das Fahrzeug aufsperre, dürfte beim Mokka eigentlich bei CCS nichts passieren. Und der Stecker ist eben auch weiterhin verriegelt, während natürlich das Fahrzeug aufgesperrt ist. Ja, dann ist natürlich die Frage, in einem Kommentar zum Flop-Video kam tatsächlich mal die Anregung, hey, dieser Knopf zum Vorwählen einer Startzeit fürs Laden dient auch tatsächlich zum Entriegeln von Ladesteckern. Ich bin mal sehr gespannt drauf. Vielleicht kann die Kamera gerade mal rüberkommen, ob das auch bei einem CCS-Stecker funktioniert. Also ich drücke mal drauf. Und tatsächlich. Also der Stecker ist weiß geworden. Er hat entriegelt. Und ich kann ihn rausziehen. Also an der Stelle wirklich Daumen hoch. Der Tipp ist wirklich Gold wert, denn ich wusste es nicht. Vielleicht steht es im Handbuch. Von der Bedienung her finde ich es ein bisschen ungeschickt, dass einfach tatsächlich dieser Taster, die Kamera kann ihn nochmal genau zeigen, also hier der linke Taster zum Wählen der Startzeit, dass dieser auch als Ladeabbruch-Taster tatsächlich genutzt werden kann. Das muss man echt wissen. Und es ist gut, dass der Tipp kam. Also dafür wirklich vielen, vielen Dank. Und das zeichnet euch auch als Community aus, dass ihr solche Tipps und Tricks bei YouTube teilt. Und wo ich dann einfach als Multiplikator das Ganze auch bringen kann. Gut. An der Stelle war es das auch schon. Ich blende euch noch kurz ein Bild ein von der Transformator-Station, weil natürlich diese ganzen Ladestationen hier, die sind natürlich an sich nicht der Quell der Energie, sondern es gibt eine große Transformator-Station, die steht weiter hinten. Da laufen wir jetzt aber nicht separat hin. Da habt ihr jetzt das Bild gesehen. Und dann bleibt mir nur noch, mich zu verabschieden. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Gerne Input von euch. Kennt ihr solche Ladeparks, die mehr oder weniger mitten in der Stadt stehen, wo man schnell laden kann, um einfach 10 Minuten mal kurz Energie zu tanken, während dem Einkaufen oder sonstigem. Und ja, ich freue mich aufs nächste Video. Bis demnächst.